Das Besondere an StyleGreen ist für mich das Team und das coole Produkt. Ich bin die Therese und unsere Mission im Team Sales ist, dass wir in ein paar Jahren in jeder Wohnung und in jedem Büro ein StyleGreen Produkt vor uns hängen haben. Die Arbeit bei uns macht aus, dass jeder jeden unterstützt und weiß, worin der andere am besten ist und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß, das Zusammenarbeiten und gemeinsam was schaffen. Bewerber für unser Sales Team sollten auf jeden Fall Motivation mitbringen, Bock was zu schaffen und am besten bist du ein cooler Typ oder eine coole Frau, die Bock hat in einem jungen Team ja was zu machen, deine Soft Skills auszuleben und grüne Produkte zu verkaufen. Ich bin die für